Hallo ihr Lieben, willkommen zurück zu Kotlin. So, dieser Teil ist wieder für die Einsteiger gedacht, das heißt die Fortgeschritten bitte diese paar Videos überspringen, falls ihr aus Versehen diesen Bereich auch noch sehen solltet oder aus Versehen draufgeklickt habt, wie auch immer. Das bedeutet, wir wollen uns heute Funktionen widmen, zumindest der Funktion von Funktionen, haha, Beispiel. Ähm, genau, was man mit Funktionen machen kann, ist, man kann Code auslagern. Das bedeutet, ich kann etwas woanders hinpacken und das wird dann für mich aufgerufen, wenn ich die Funktion aufrufe. Also im Endeffekt sozusagen sowas wie, naja, ein Copy-Paste für elegante Menschen, sozusagen. Ähm, ich möchte das mal ganz kurz an einem Beispiel zeigen. Wir haben in der letzten, in den letzten paar Videos das hier geschrieben, das heißt wir haben hier eine kleine Übung mit Modulo gemacht, ja. Und diese kleine Übung mit Modulo, die wollen wir jetzt auslagern, sodass wir sie so oft machen können, wie wir wollen. Das heißt, was wir machen ist, wir schreiben uns eine neue Funktion. Und für die Leute, die sich vielleicht ein kleines bisschen schon auskennen, Fun ist das Schlüsselwort für Funktionen. In Python ist es Dev, in anderen Sprachen ist es zum Beispiel Function. Ähm, hier ist es einfach nur Fun oder Fun, ja, äh, Function, ne, Function, abgekürzt Fun, damit man eben weniger schreiben muss. So, und jetzt kann ich dieser Funktion einen Namen geben. Das ist ähnlich wie bei einer Variable. Ich kann Funktionen einfach benennen, sodass ich später weiß, was genau das Ding ist. Es gibt nun einige kleine Guides zum Benennen von Funktionen. Das Wichtigste ist dabei, dass ihr immer eine Funktion so benennt, dass ihr wisst, was damit gemeint ist. Also nicht einfach nur sagen, meine Funktion oder A oder B oder sowas oder XYZ, whatever, ähm, sondern aussagekräftige Namen. Das heißt, ich sage jetzt hier, ähm, Modulo-Übung, ja, und das ist dann mein Funktionsname. Damit weiß ich, okay, das ist die Übung, die wir gemacht haben bezüglich Modulo. Und so weiß ich, was ich damit meine und hoffentlich auch jeder andere, der an diesem Projekt mitwirkt, okay? So, gut. Was wir jetzt also machen, ist, wir schreiben doppelte Klammern, also hier einmal Klammer auf, Klammer zu. Was da reinkommt, das kommt noch alles. Das werden wir noch behandeln, keine Sorge. Wir sehen ja auch hier, dass da irgendwas drin steht, aber das müsst ihr noch nicht verstehen. Das machen wir in den nächsten paar Videos. Und jetzt einfach geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer zu. So, das ist eine Funktion, eine vollständige Funktion. Jetzt muss die natürlich auch irgendwas tun, also irgendeine Berechnung zum Beispiel. Und hier werde ich jetzt einfach sagen, okay, wir nehmen diesen Code, damit wir eben diese Modulo-Übung auch haben, packen den hier rein und so, fertig sind wir. So, wenn ich das ganze Ding jetzt ausführe, dann passiert folgendes, ja, es passiert einfach gar nichts. Es dauert ein wenig, warum auch immer. Und jetzt sehen wir, es hat sich einfach nichts getan. Warum ist das so? Nun, Funktionen an sich sind kein Code, der ausgeführt ist. Das hier ist im Endeffekt toter Code. Er wird niemals ausgeführt, weil die Funktion niemals aufgerufen wird. Das heißt, der Code an sich ist immer noch derselbe geblieben, aber er wird halt nicht ein einziges Mal ausgeführt, weil ich die Funktion nicht aufrufe, okay? Das heißt, ich kann eine Funktion aufrufen. Im Endeffekt stellt euch das Ganze so vor, ja. Ihr habt eine Funktion in den Supermarkt gehen und Milch kaufen, okay? Und wenn ihr diese Funktion definiert, dann steht da drin, Person läuft über die Straße, geht in den Supermarkt, wenn ihr so glücklich seid und direkt gegenüber von euch einen Supermarkt habt, geht in den Supermarkt, kauft ein bisschen oder kauft sechs Flaschen Milch und kommt wieder zurück. Ja, das ist die Funktion. So, und damit habt ihr das aber noch nicht gemacht. Das ist einfach nur die Definition, wie man das macht, okay? Das heißt, da steht drin, wie ihr in den Supermarkt reinkommt und was ihr alles von dort mitbringt. Wenn ihr das auch wirklich jetzt mal tun wollt, dann müsst ihr sagen, und jetzt macht das, okay? Das heißt, wir sagen jetzt in unserem Code drin, wir gehen jetzt einkaufen, beziehungsweise wir führen unsere Modulo-Übung aus. Und das machen wir einfach, indem wir den Namen von unserer Funktion nehmen, also das, was ihr hier angegeben habt, und zwei Klammern. Und das ist es auch schon. So, und jetzt könnt ihr hier sagen, hey, jetzt wird das Ganze hier ausgeführt. Wir sehen hier, offensichtlich haben wir die 9er-Reihe ausgegeben von 0 bis 99. Wundervoll. Gut, jetzt können wir das aber nicht nur einmal machen, sondern wir können das so oft machen, wie wir wollen. Und wir müssen dazu nicht den Code copy-pasten. Und das ist ein wichtiges Stilkriterium. Wenn ihr Code copy-pasten müsst, also wirklich STRG-C, STRG-V, also quasi, wenn ihr das dann macht, ja, so was. Wenn ihr jetzt hier dreimal denselben Code stehen habt, dann ist das ein Problem. Denn dann steht das dafür, dass ihr sehr, sehr schlechten Code geschrieben habt. So was sollte immer in eine Funktion ausgelagert werden. Okay? Das bedeutet, ihr könnt hier zum Beispiel sagen, hey, ich möchte das Ganze einfach zum Beispiel nochmal machen. Modulo Übung. So. Und das Einzige, was jetzt im Endeffekt zweimal dasteht, ist der Name der Funktion. Und das ist völlig okay. Dann wird das Ganze eben einfach zweimal ausgeführt, ja. Das heißt, das hier führt unsere Berechnung von der Reihe komplett aus. Und das hier führt unsere Berechnung der Reihe auch komplett aus. Das sieht dann folgendermaßen aus. Logischerweise, wenn wir uns das laufen lassen, dann haben wir hier zweimal die neue Reihe. Also 0, 9, 18 und so weiter und so fort bis 99. Und dann, da ist der erste Aufruf der Funktion fertig. Da fängt dann die Funktion nochmal von vorne an, weil wir hier eben diesen zweiten Aufruf haben. Wir können jetzt hier mal einen Printline reinschreiben. Und da kann so viel Code dazwischen stehen, wie ihr wollt. Also das muss nicht irgendwie da sein. So, dass wir das auch sehen, dass das hier die erste Funktion ist. Dann kommt ein Printline mit einfach nur Strichen. Und dann kommt eine zweite Modulo Übung. So. Sieht folgendermaßen aus. Hier sehen wir, aha, das sind tatsächlich, offensichtlich war das die Ausgabe der ersten Funktion. Und das, was unten drunter steht, ist die Ausgabe der zweiten Funktion. Wundervoll. Das heißt, so könnt ihr unnötiges Copy-Pasten vermeiden und euren Code ordentlich und aufgeräumt lassen. Denn es kommt sehr, sehr häufig vor, dass man mal eine Sache mehrfach ausführen möchte. Man sollte es natürlich nicht übertreiben. Also wenn ihr einfach wirklich nur eine Vorschleife habt oder sowas, die dann irgendwie ausgelagert wird oder so, dann ist das jetzt nicht unbedingt sinnvoll. Aber wenn man Berechnungen hat, dann ist es durchaus sinnvoll, die auch auszulagern. Also sowas wie hier, das nenne ich eine Berechnung. Das kann man schon auslagern. Während eine Vorschleife auszulagern, nur diesen Vorteil hier, das ist kompletter Quatsch. Das macht man normalerweise einfach nicht. So, kleiner Funfact. Ihr könnt so viele Funktionen schreiben, wie ihr wollt. Und ihr könnt auch Funktionen von Funktionen aufrufen. Das heißt, ihr könnt hier sagen, Funktion wird von innen, na komm schon, innen aufgerufen. Printline Hello World. Und ja, sowas würde man normalerweise auch nicht auslagern, weil es viel zu klein ist. Das hier würde man auslagern, definitiv. So, und jetzt kann ich zum Beispiel hier sagen, ich möchte das da reinschreiben. Das heißt, ich möchte hier ein, äh Quatsch, ich möchte hier rein diese Funktion aufrufen, wird von innen aufgerufen. Okay? Das heißt, ich habe hier einen Funktionsaufruf. Der ruft mir diese Funktion auf, die führt Code aus und dann wird innerhalb von der Funktion, die ich hier aufgerufen wird, wird nochmal eine Funktion aufgerufen. Und die macht dann nochmal was. Das könnt ihr so oft schachteln, wie ihr wollt. Mit if genau dasselbe, alles genau gleich. Also ihr könnt das schachteln, so oft ihr wollt. Also ihr seht hier, Hello World wird halt jedes Mal ausgegeben, was das Ganze natürlich nicht gerade übersichtlicher macht, aber, ähm, ja, wir machen hier einfach mal ein Print draus, damit das Ganze zwar euch erhalten bleibt, aber trotzdem übersichtlich bleibt. So wird einfach quasi nichts ausgegeben. Aber ihr habt eine Funktion, die innen drin aufgerufen wird. Wundervoll. Wir können hier auch tatsächlich mal sowas machen. So. Und, ähm, ja, das ist es eigentlich auch schon. Das sind die Grundlagen von Funktionen. Nächstes Mal geht es natürlich weiter. Das ist natürlich noch nicht alles zu Funktionen, wie gesagt. Und das will ich euch dann die nächsten paar Male erklären. Wir hören uns. Bis dann. Ciao.